Commerzbank Digital Banking – Online Banking leicht gemacht In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Digital Banking-Zugang schnell und einfach mit der Fototan-App entsperren können. Ihr Digital Banking-Zugang kann gesperrt sein, wenn Sie Ihre PIN mehrfach falsch eingegeben oder Ihre PIN vergessen haben. Sollten Sie Ihre alte PIN noch kennen, haben diese aber mehrfach falsch eingegeben, können Sie diese einmalig über unser Kundencenter entsperren lassen. Falls Ihr Digital Banking-Zugang gesperrt ist, weil Sie Ihre PIN nicht mehr kennen, können Sie diesen mithilfe der Fototan-App umgehend wieder entsperren und sich direkt eine neue Digital Banking-PIN einrichten. Voraussetzung ist, dass Sie diese Funktion vorab einmalig mittels Biometrie in Ihrer Fototan-App aktivieren. Wichtig zu wissen, die Aktivierung der Entsperrungsfunktion muss in der Fototan-App im entsperrten Zustand Ihres Digital Bankings stattfinden. Das heißt, im besten Fall stellen Sie dies gleich bei der ersten Aktivierung der Fototan-App ein. Wenn Sie diesen Schritt schon erledigt haben, springen Sie zu Minute 2 und 4 Sekunden in diesem Video, um direkt Ihre PIN zu entsperren. Um die Aktivierung der Entsperrung einzurichten, öffnen Sie die Fototan-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Tippen Sie auf Mehr und anschließend auf Einstellungen. Wählen Sie im oberen Bereich die Fototan-ID aus, für welche Sie die PIN zurücksetzen möchten. Aktivieren Sie im Abschnitt Self-Service den Button Biometrie für Entsperrung, indem Sie den Schalter antippen. Sie werden nun aufgefordert, Ihr Biometrie-Merkmal, also Ihre Gesichtserkennung oder Ihren Fingerabdruck zu nutzen. Geben Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre Teilnehmernummer und Ihre PIN ein und bestätigen Sie den Vorgang mit Anmelden. Damit haben Sie die Funktion zur Entsperrung Ihres Online-Banking-Zugangs mit der Fototan-App aktiviert. Die Entsperrung können Sie nun wie folgt vornehmen. In der Fototan-App tippen Sie auf Mehr und wählen den Button Zugang entsperren aus. Geben Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre Teilnehmernummer ein und tippen Sie auf Weiter. Mit Eingabe Ihres biometrischen Merkmals können Sie eine neue Online-Banking-PIN einrichten, indem Sie zweimal Ihre neu gewählte PIN eingeben und auf Bestätigen tippen. Nach erfolgreicher Änderung sehen Sie eine Bestätigung auf Ihrem Display. Sollten Sie Unterstützung benötigen, helfen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen telefonisch gerne weiter. Rufen Sie uns einfach direkt aus Ihrer Banking-App an. Sie wollen mehr erfahren? Dann schauen Sie sich die weiteren Videos zum Digital Banking an und entdecken Sie Schritt für Schritt Ihre Möglichkeiten. Banking und persönliche Beratung jederzeit und überall. Es liegt in Ihrer Hand. Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite.